Das Oxytocin ist ein wichtiger Vertreter der sogenannten Neuropeptide, eine große Gruppe von Botenstoffen, von denen heute über 40 Vertreter bekannt sind. Neuropeptide wirken, wie schon dargestellt, häufig als Kotransmitter. Als solche übernehmen sie ebenfalls modulatorische Funktionen. Oxytocin wirkt im Gehirn. Zugleich besitzt es aber auch hormonelle Funktionen, die es in der Körperperipherie ausübt. Als Hormon entsteht Oxytocin in Zellen des Hypothalamus, und zwar genau genommen im Nucleus Paraventricularis. Von dort wird es in die Neurohypophyse transportiert, den Hypophysen-Hinterlappen. Und diese Neurohypophyse, die setzt es dann gleichsam frei bei entsprechender Stimulation. In dieser Funktion, also als Hormon, ist das Oxytocin eigentlich bekannt geworden. Und es gilt seit seiner Entdeckung vor allem als Hormon, das den Geburtsakt auslöst, sprich die Wehentätigkeit stimuliert. Darüber hinaus beeinflusst es das Pflegeverhalten und sichert so den Schutz der Neugeborenen. Hierbei wird Oxytocin auch bei männlichen Säugetieren produziert, somit auch dem Menschen. Als zentralnervöses Neuropeptid, das vor allem im Gehirn wirksam wird, wird Oxytocin in verschiedenen Kernen des Hypothalamus einmal, dort im Nucleus Paraventricularis und im Nucleus Suprachiasmaticus und in limbischen Regionen wie dem Septum und der Amygdala produziert. Und was macht es nun im Gehirn? Gerade hier besitzt Oxytocin große Bedeutung. Vor allem dann, wenn es darum geht, eine Mutter-Kind-Bindung aufzubauen, Partner aneinander zu binden oder sich in andere Personen hineinzuversetzen. Demnach wird die Oxytocin-Ausschüttung durch soziale Stimuli ausgelöst. Aktuelle Untersuchungen legen nahe, dass Oxytocin generell Einfluss auf die Bindung von Personen nimmt. Die Bindungsfähigkeit wird allgemein gesteigert, Vertrauen gegenüber Mitmenschen gefördert sowie die sozial-emotionale Kompetenz begünstigt. Ferner baut Oxytocin Stress ab und wirkt angstlösend. Verschiedene Arten von sensorischer Stimulation, wie das Saugen, Wärme, Berührung, massageähnliches Streifeln und sexuelle Stimulation führen zu einer erhöhten Oxytocin-Freisetzung. Die neuroendokrine Stressachse wird durch Oxytocin abgeschwächt. Das zeigt sich unter anderem durch eine Abnahme des Cortisol-Spiegels. Ferner entfaltet Oxytocin eine angstlösende Wirkung, indem es nämlich die Amygdala-Aktivität verringert. Im Sinne eines Bindungscocktails kommt es zu einer Verstärkung der Oxytocin-Wirkung durch Serotonin und auch Opioide. Sie werden oft gemeinsam freigesetzt, wenn es um genau die beschriebenen Themen geht. Serotonin, sagt man, ist ein Oxytocin-Agonist. Sie verstärken die Wirkung jeweils voreinander. Wenn wir das Ganze auf die therapeutische Ebene überführen, zu erlauben die angeführten Befunde die Vermutung, dass die besondere Qualität und Sicherheit einer therapeutischen Beziehung die verstärkte Ausschüttung von Oxytocin ebenfalls zu induzieren vermag. Als stressinhibierender Botenstoff stimuliert Oxytocin auch die Nervenzellen-Neubildung im Hippocampus. Auf diesem Wege könnten Beziehungsgefüge, wie sie sich im Rahmen einer Psychotherapie oder eines Coaching-Prozesses aufbauen, Einfluss auf die Nervenzellen-Neubildung im Gehirn nehmen. Diese findet vor allem aber nicht nur im Hippocampus statt. Dies wäre ein neurophysiologisch und somit morphologisch sehr schön nachweisbarer Wirkbereich, in dem sich zwischenmenschliche Beziehungen auch in einem therapeutischen Setting manifestieren können. Wirkbereich